Also die Haut wird reiner, sie wird jünger, sie wird feinporiger. Abnehmen ohne zu hungern, fitter, vitaler, keine Frühjahrsmüdigkeit, kein Nachmittagstief. Du schläfst besser, die monatlichen Probleme und Beschwerden harmonisieren sich. Also es war jetzt nicht stehenbleiben im Alterungsprozess, sondern tatsächlich rückwärts. Also Benjamin Button. Wow. Hammer. Benjamin Anastasia. Wir freuen uns heute sehr auf Anastasia Zamponidis. Vielleicht erinnerst du dich noch dran, dass Anastasia bei MTV die Shows moderiert hat. Oder auch zum Beispiel bei Wetten, dass die Außen wetten. Also sie ist ein bekanntes Gesicht in TV. Für unsere Folge ist aber eines noch viel wichtiger. Anastasia hat ihr Buch für immer zuckerfrei quasi aus erster Hand geschrieben. Denn Anastasia lebt bereits seit 2006 weitestgehend zuckerfrei. Und ich fühlte mich halt ohne Zucker schlapp, müde, zickig, schlecht gelaunt, deprimiert, müde. Und dann brauchte ich jeden Tag meine Ladung Zucker, auch zum Arbeiten, weil ich extrem viel gearbeitet habe. Viel natürlich, ist ja klar. Und ich dachte, ich esse nur Zucker, wenn ich Schoki und so esse. Heute wissen wir, dass es überall drin steckt. Bis zum nächsten Mal.